Jetzt werden wir hier im Makro Bereich tätig werden. Oh, das sieht echt nice aus. Jetzt könnte ich so, ich mach mit der Fernbedienung die Fotos. Und dann könntest du die Klasse ausmachen. Ey, da kommt ein kleiner Hund, den filmen wir jetzt auch vielleicht. Komm, das geht kleiner. Ja, das ist ein kleiner Hund. Servus. Der stiehlt hier einfach die Show. Das war so das Beste. Wir haben hier den ersten Erdenbewohner auf unserer Landung. Ja. Wir sind noch nicht. Genau. Oh nein, geht jetzt gar nicht richtig auf. Oh shit. Oh no. Oh no. Das geht gar nicht. Okay. Gut, dann müssen wir umdenken. Dann, ach warte, dann komm ich näher. Dann machen wir das nur von der Seite. Das sieht bestimmt auch geil aus. Von der Seite. Ja doch, das ist richtig cool. Dann mach ich hier mal die Schärfe. Oh, das sieht echt geil aus. Cool man. Okay. Mach ich hier mal den Schwenk. Genau. Und dann könntest du das vielleicht, kann man das so von hinten aufkriegen. Ja genau. Und jetzt, also ich probier das auch mal. Oh, das sieht cool aus. Ah, ich hab Krampf. Warum hab ich jetzt Krampf? Ah. Ah. Guck mal wie das aussieht durch die Kamera. Siehst du das? Guck mal. Siehst du das? Mhm. Okay. Das mach ich jetzt ein paar Mal. Ja. 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 Okay, Madame, das.